Dieses Video 3 der Einführung in die IFS oder Internal Family System Theorie. In diesem Video möchte ich mit euch das hier beleuchten, nämlich die Beschützer. Es geht darum, die Beschützer im Detail zu verstehen und zu schauen, was sind Beschützer, was heißt es, dass alle Beschützer eine positive Intention haben und was ist der Unterschied zwischen Managern und Feuerbekämpfern. Und in erster Näherung sind Beschützer Anteile, die uns vor Dingen, und ich habe das bewusst sehr allgemein formuliert, schützen wollen. Ganz allgemein versuchen Beschützer uns meistens vor einer von zwei Dingen zu beschützen, nämlich entweder vor bestimmten Situationen, die im Leben geschehen könnten. Beschützer wollen nicht, dass wir bei Dingen versagen. Dementsprechend werden sie versuchen, alles zu tun, um zu verhindern, dass wir versagen, indem wir zum Beispiel hart arbeiten, dass Menschen uns ablehnen, indem wir zum Beispiel immer nett sind, dass wir Verlust erleiden, indem wir zum Beispiel Nähe vermeiden, um gar nicht erst in die Nähe von Verlust zu kommen, oder Einsamkeit vermeiden. Das heißt, in vielen Situationen ist es möglich, dass Beschützer versuchen, bestimmte Situationen, die schmerzhaft sein könnten, und häufig, mit denen wir in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben, die wir nicht gut verarbeiten konnten, im Leben zu vermeiden. Das ist quasi Verhaltensweise eins. Das Zweite, was Beschützer aber auch häufig versuchen zu vermeiden, ist, dass Schmerz, und auch hier wieder Anführungszeichen, weil Schmerz sehr vieles sein kann, in der Innenwelt fühlbar wird. Das heißt, dass unverarbeitete Ereignisse oder Verbande von uns, die immer noch die Last von dem tragen, was in der Vergangenheit geschehen ist, wieder hochkommen, wieder ins Bewusstsein kommen und fühlbar werden. Das heißt, Beschützer versuchen zu vermeiden, dass Verbande und Lasten spürbar werden, dass Erinnerungen von negativen Erfahrungen, die wir vielleicht irgendwo verstaut haben, hochkommen, dass alte Emotionen oder auch somatische Aktivierungen, besonders bei sehr frühkindlichen Erfahrungen oder auch bei Traumata, wieder berührt werden. Das ist das, was Beschützer versuchen zu vermeiden und das, wovor sie uns schützen wollen. Im Zusammenhang mit dieser Funktion, dass sie schützen wollen, haben Beschützer ihre eigenen Perspektiven. Das heißt, sie nehmen bestimmte Dinge wahr, Dinge, die mit genau dieser Rolle zu schützen zusammenhängen, eine Motivation, Dinge, die sie verhindern wollen oder erreichen wollen, Glaubenssätze, warum sie das tun, warum die Welt so ist, bestimmte Gefühle und Emotionen, die damit einhergehen. Manche Beschützer werden schnell wütend, andere werden traurig, andere nehmen gar keine Gefühle wahr, Erinnerungen und Verhaltensweisen, wie zum Beispiel in diesem Fall der Teil, der mich da immer wieder am Arbeiten hält. Das heißt, Beschützer versuchen, uns vor Dingen zu schützen, versuchen, Dinge zu vermeiden oder zu erreichen und haben dafür eine bestimmte Wahrnehmung der Welt. Dabei erfüllen Beschützer ihre Rolle, indem sie aktiviert werden und dann das System beeinflussen, sprich, der Teil, der viele Dinge tut, der dann anfängt zu sagen, hey, du kannst mehr machen. Und quasi, dessen Stimme ich höre, dessen Impulse ich wahrnehme oder die Beschützer übernehmen das System komplett. Das können dann bei mir manchmal Tage sein, an denen ich einfach in so einen Arbeitstunnel komme. Der kann manchmal unglaublich hilfreich sein, der kann manchmal auch nicht so hilfreich sein, aber das ist, wenn der Teil übernommen hat. Dieser Versuch der Beschützer, uns vor Dingen zu schützen, das heißt, Sachen zu vermeiden, bestimmte Erfahrungen oder Zustände in unserem Leben zu erreichen, ist das, was man im IFS auch die Intention, die positive Intention nennt. Jeder Beschützer hat eine positive Intention, möchte etwas herbeiführen, was für den Organismus hilfreich ist. Das heißt, entweder er möchte bestimmte Dinge vermeiden oder er möchte bestimmte Situationen erreichen. Situationen vermeiden ist häufig eine innere Haltung von nie wieder. Ich möchte nie wieder in so eine Situation kommen. Ich möchte nie wieder, dass ich mich so fühle. Und dann tun die Beschützer alles, was dafür notwendig ist, um das zu erreichen. Dieses Erreichen geht oft damit einher, dass Beschützer in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, etwas hat gefehlt, Sicherheit. Ich war nicht sicher, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und dann versuchen, alles zu tun, was notwendig ist, um diesen Zustand von Sicherheit zu erreichen, was teilweise sehr schwierig sein kann, besonders wenn sie ihn nie wirklich erlebt haben. Und das Dritte, auch schon erwähnt, dieses, dass sie versuchen, verbannte Erinnerungen, Emotionen unten zu halten. Das sind die positiven Intentionen, weil die Beschützer glauben, wenn eine Situation herbeikommen würde, die sie versuchen zu vermeiden oder ähnliches, es überfordern wäre, es zu viel wäre und so weiter und so fort. Das IFS oder Internal Family System unterscheidet dabei zwei Arten von Beschützern. Es gibt einerseits die Manager, die proaktiven Beschützer. Proaktiv heißt, Manager sind Teile, die vorausschauend versuchen, unser Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu organisieren, zu führen und so weiter und so fort. Dass bestimmte Situationen, dass bestimmte Gefühle gar nicht erst aufkommen. Man kann das zusammenfassend sagen, dass Manager Situationen durch Kontrolle zu vermeiden versuchen. Mein Symbol für die Manager ist diese Krawatte. Manager sind quasi Teile, die uns zusammenhalten und versuchen, unser Leben so zu organisieren. Feuerbekämpfer sind das genaue Gegenteil. Feuerbekämpfer sind reaktiv und werden besonders dann aktiv, wenn bereits Emotionen, Gefühle, Erinnerungen, Anteile, Verbannte aktiv werden, die sie vermeiden wollen, von denen sie nicht möchten, dass wir das wahrnehmen. Und sie sind insofern reaktiv, als dass sie alles tun, um zu vermeiden, dass wir das fühlen. Das heißt, da geht es nicht um Kontrolle, da geht es um Vermeidung. Diese hier symbolisiert durch diesen Feuerwehrhelm, die tun oft im Verhalten, sind Feuerbekämpfer oft extremer als Manager. Um auch dies praktisch zu machen, möchte ich euch ein paar Beispiele für Verhaltensweisen von Managern und Feuerbekämpfern geben. Manager sind typischerweise Teile wie hart arbeitende Taskmaster, das, 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 das. Manager können auch Teile sein, die dafür sorgen, dass wir immer lieb und nett zu allen sind, dass wir so dafür sorgen, dass gar keine, gar nicht erst Probleme entstehen. Manager können auch Teile sein, die uns immer klein machen, damit wir keine Probleme haben, oder die uns besonders groß machen, damit auch so keine Probleme entstehen. Das heißt, Manager sind quasi die Teile, die, um uns zu schützen, dafür sorgen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen immer und immer und immer wieder zeigen. Verhaltensweisen, die sich besonders in der Vergangenheit bewährt haben. Feuerbekämpfer reaktiv haben oft sehr andere Strategien. Typische Feuerbekämpfer-Strategien wären Zoning out, abschalten, Fernsehen, Filme, Netflix, weg, gar nichts mehr wahrnehmen, denn dann kann ich auch keine Schmerzen, keine Emotionen wahrnehmen. Feuerbekämpfer sind typischerweise sowas wie Überessen, so viel Essen, dass ich nichts mehr wahrnehmen kann, also ich bin voll. Drogen, Sex, ähnliche Dinge sind typische Feuerbekämpfer-Strategien, wo es einfach nur darum geht, das nicht wahrzunehmen. Und wenn ich dafür mich selbst besaufen muss, wunderbar, eine Strategie, die funktioniert. Um Beschützer auch systemisch zu verstehen, kann man sagen, Beschützer sind um Verbande organisiert. Das heißt, an den Orten, wo wir in der Vergangenheit bestimmte Erfahrungen, Situationen, ähnliches, nicht verarbeiten konnten, wo wir immer noch Lasten wie Glaubenssätze oder überwältigende somatische Zustände in uns tragen, dort bauen sich Schutzstrukturen, bestehend aus Teilen auf, die dafür sorgen, dass wir nicht immer wieder mit diesem Schmerz, der zu viel ist, in Verbindung kommen, damit nicht immer wieder diese Teile in uns hochkommen und das System überfluten. Und das tun sie eben, indem wir erstens unser Leben so organisieren, das wären dann die Manager, dass wir da gar nicht erst in die Nähe kommen. Oder, falls wir diese alten Emotionen berühren, eben weg davon kommen. Und systemisch ist das Ganze eben so organisiert, dass wir alle mehrere Verbande haben und dass sich darum immer auch Schutzstrategien, Schutzteile entwickelt haben. Und zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch eine ganz wichtige Unterscheidung aus dem IFS-Modell vorstellen. Das ist die Perspektive zu sagen, dass Beschützer nicht gleichzusetzen sind mit ihrer Rolle. Beschützer erfüllen ihre Rolle. Sie haben oft den Glaubenssatz, die Perspektive, dass sie es tun müssen. Wenn sie dies nicht tun würden, dann würden überwältigende Emotionen und ähnliches aufkommen. Was wichtig zu verstehen ist, dass die meisten diese Arbeit aber nicht gerne machen. Die meisten erfüllen ihre Rolle, wollen sie aber gar nicht erfüllen. Sie glauben nur, es ist notwendig und die Alternative, wenn sie es nicht machen würden, ist viel schlimmer. Das ist wichtig zu verstehen, um später auch eine Perspektive dafür zu haben, wie das IFS mit diesen Beschützern arbeitet. Das war es dann auch für dieses Video. Das ist die detailreiche Perspektive dazu, was sind Beschützer, wie kann man Beschützer verstehen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn es dir geholfen hat, teils gerne mit Menschen, die es nutzen können. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wo es um Verbande geht. We never know what's around the next quarter, so... Untertitelung des ZDF, 2020